Musik 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 Hi Janik, mein Charles wollte dich noch zeigen beim Papa beim Schiffen und ich hoffe das geht es auch immer bei den ganzen Schiffen Musik 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 Und wer ist denn da her? Hier ist, meine Damen und Herren, Yannick. Noch nicht. Ich hab mir jetzt gerade in den Trick, glaube ich, aufgefallen. Hier, sehen Sie hier, dieser Hut ist leer. Ich werde jetzt was reinzaubern. Abrakadabra. Sehen Sie, Salabim? Es ist was drin. Wow! Eine Münze. Natürlich. Stimmt! Bravo! Mit Apfel. Ich muss noch überlegen, in welchen Film ich nehmen kann. Vielleicht den oder 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 den. Aber es ist einfach böse. Ah, 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 ah. Für die. Diese Bütze, die werde ich jetzt wegziehen. Ja, ah, ah, ah! Sie ist enig. Sie ist ein... und Ladies and gentlemen, we proudly present Full fulminate, all the world, fantastic, sensational, soichato Here is the world's best conqueror Here is Yannick Ladies and gentlemen, today I have the best Also, jetzt geht's um wieder diese Wünsche. Ja, ich würde jetzt sagen. Aber klar... ...sind seiner Bimbo. Das ist ja ich nicht. Ich muss hier ja nicht so richtig aufnehmen. Nein, ich halte mal los hier, wo alles ist. Da ist die Kamera. Na, ich sehe nicht. Ja, machen Sie doch mal. Unglaublich aber war die Weltsensation. Der weltjüngste Zauberer aus Österreich ist in Kürze hier. Voltissimo fulminante, tutel mondo plentissimo, neopoltissimo. Ladies and Gentlemen, Madame, Sie, Monsieur. Hier ist... ...Yannick. Ich... 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 ...angekommen. Schau doch mal, ob sie da ist. Sie ist da. Wow! Applaus, 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 Applaus! Natürlich gibt's immer was Tolles bei Yannick Schneider. Die Aufregendsten, tollen, Witzen, Applaus, Applaus und Applaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Also nicht immer wie aufregend ist, sondern Janik Schneider! Ladies and Gentlemen, Madame, Monsieur, Signore, Signore, Voltissimo, Vulminante, Tutto, Mondo, Plentissimo, Neopoltissimo, Fantastico, Sensatione. Hier ist Österreichs jüngster, bester, tollster Zauberer. Hier ist Janik! Hallo, wieder bei der Witzshow. Und hier, dieser Libello hier, werde ich jetzt verzaubern, dass er weg ist. Schau, er ist weg. Darf man uns hören, das war ein voll zaubernder Trick. Sie können mich ja auch, sie können mich ja auch, ähm, das ist so gut. Nichts. Da und her. Jetzt darf ich ihn wieder her. Tada! Wow! Applaus! Gratuliere! Wow! Und da. Jezus! Ist das Dịchfon, wie ja? Was ist das Dịchfon? Sie bitte jetzt diesen ultimativen David Copperfield Zaubertrick. Es kann nur übertroffen werden von unserem Yannick. Hier sehen Sie die Stange des Tischfußballs. Und eins, zwei und drei. It's magic. Yannick. Jetzt habe ich meine Koffe weg. Aber gerne, aber sieben, sondern sieben. Sie ist weg. Sie ist hier. Wuhu. Auf Wiedersehen. Unglaubliches, Fantastisches, Sensationelles werden Sie jetzt erleben. In den nächsten Momenten werden Sie erkennen, dass David Copperfield nichts ist gegen den großen Meister der Zauberei. Hier ist Yannick. Hi. Applaus. Hat jemand ein Labello? Hat jemand ein Labello? Nein, wir haben kein Labello da, leider. Ah ja, wir haben ein Labello. Moment. Ja, jetzt das, bitteschön, das Labello. Danke. Und er ist wieder da, fantastisch, unglaublich. Und er ist da, oder ist da, oder ist da? Meine Damen und Herren, seit Jahren trainiert dieser junge Mann, den wir in Kürze sehen werden, auf diesen einen Auftritt hin. Derzeit laufen die olympischen Spiele, doch sie sind nichts gegen das, was sie jetzt in den nächsten Momenten erleben werden. Ladies and Gentlemen, Madame, Sie, Monsieur, hier ist Yannick. Äh, äh, Bikinshirt? Oh ja, äh, äh, äh ... Ähm ... Wo ist der Fernseher? Äh, dort oder ... Ich weiß nicht. Da! Ich seh nicht. Da, da! Oh, da ist Kaffee! Uh, 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 uh! Meine Kappe ist weg! Wo ist die? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ich schon. Oh, 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 oh! Ah, 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 ah! Ich, ich ... Amissimo Kamala, äh, okay, ich, wisst ihr, wo eine Kappe ist? Ich hab sie nämlich vertan. Ah, da ist ja ein Ball, damit können wir trommeln. Homma, Homma, la, oh, jetzt ist der weg. Ah, ein Pferd, hoppa, hoppa, weiter, sagt die Tante Helga. Upsi, fall runter und weg ist es. Ich mag es nicht. Hey, oh, schon wieder weg. Oh, cool, schon wieder weg. Oh, cool, weg. Oh, eine Tasse. Oh, kann ich gleich trinken. Wo ist der Kaffee? Oh nein, das ist mir aus der Hand gefallen, schon wieder weg. Ah, Schnitt. Oh, ein Pferd, hoppa, hoppa, hoppa. Oh, ein Pferd, hoppa, hoppa. Oh, ein Pferd, 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 hoppa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020